Niemand macht Knordock. Wir wissen die Niemand mag Knordock. Was ist der Dämonen noch drei? Scheiße, warum ist der Dämonen noch drei? OEEEIN! Willkommen zur mittlerweile 22. Folge Feed the Beast und weißt, du hast es nicht geschafft, ich bin einfach auf den Boden geknallt. Ja, auf jeden Fall haben wir in der letzten Folge eine Menge technischen Kram gemacht. Wir haben unsere Power Bridge gebaut, hier Kompressoren und MACH MEINEN ADVANCED MASCHINEN BLOCK! Und jetzt wollen wir uns mal wieder was Anderem widmen. Ein Advanced Machine Block, dafür brauchen wir erstmal diese Alloys für. Ich fahre umso lange mal Gummi ein bisschen. Gummi, Gummi, Gummi. Da brauchen wir Advanced Alloys für und dafür brauchen wir diese Mixed Metal Ingots und dafür brauchen wir Refined Iron, Tin und Force Ingots. Dann haben wir noch kurz besprochen, also jetzt nicht direkt mal, sondern noch in den nächsten Folgen, und noch eine zweite Wand bauen für Extractor und Kompressor. Ja, allgemein. Das ist nicht alles so nebeneinander, steht so dumm. Oder wollen wir für alles einen einzelnen machen? Weil, ich weiß nicht, wir brauchen mehr als einen Extractor. Nein. Ich weiß immer noch nicht, ich geh jetzt jetzt gucken, ob die was anderes können als Gummi machen. Also ganz, ganz... Feed the Beast Wiki Extractor. Ich hab jetzt alles kaputt gemacht mit meinem eingesaugten Mond. Was ich halt noch, ähm... Was ich noch sagen kann, was ich früher oder später machen will, ist eine automatische Gummifarm, die automatisch dann Gummi verarbeitet. Das war ein Projekt, weil ich auch irgendwann war. Das ist eher so in 30 Folgen geplant. Wie schreibt man Extractor? Verdammt! Ich bin so dumm, dass du... Extractor... Extractor... So, und das geben wir jetzt da ein. Mh... Ähm... Es used to extract... Rubber from Wiesen. Also, holt Gummi aus dem Sticken Wiesen raus. Wobei es auch... Kohlezellen aus... Irgendwas anderem raus suchen kann. Also, ich weiß noch nicht, wofür wir es brauchen können. Aber erstmal... Reicht glaub ich einer. Wenn wir was brauchen, können wir mehr machen. Aber, äh, YOLO YOLO. Machen wir jetzt erst noch... Haben wir noch Forsting jetzt? Oh nice, du hast... Äh... Mitgedacht. Du hast mir welche übergelassen. Wobei, ich mach mal lieber eigene. War aber Zufall. Ja, das ist doch nur schade. Ich dachte, du bist mal lieb zu mir. Nein. Und jetzt machen wir einen Fünf-Scham-Maschinen-Block. Ich bin dabei! Ich muss aber diese... Oh scheiße, Bimbo. Gleich kündige ich. Du heultest hier nicht mal. Nein, Bimbo. Toll, du hast mitspielen müssen. Nein. Ich spiel nicht mit dir. Tut mir leid. Du bist zu Ende. Ja, ähm... Kurze Frage. Du bist beendet. Ja, äh... Okay. Kommen wir dann. So, jetzt haben wir Mixed Metal Ingits. Und dann machen wir so eben... Advanced Aloys draus. Machen wir einfach mal acht Stück. Mh... Carbon... Da braucht man einen Cold Dust führen. Soll ich mit der... Mit der zweiten Wand dir doch jetzt schon anfangen? Weil ich hab ja auch nichts zu tun. Ja, äh... Ist ja nichts Großes kannst du machen von mir aus. Ja. Einfach hier so... Weiß ich nicht... Hier so ran? Hatten wir gesagt? Ja, warte. Ja. Ja, wie haben wir gesagt so... Um die Ecke dann. Aha. Was hab ich da im Hintergrund gehört? Meine Tür. Carbon Fibro. Und dafür braucht man einen Cold Dust. Ja, gut. Ähm... Den nehmen wir einfach raus. Alles meins. Den hier. Der wird nicht automatisch rübergebracht. Das ist nicht gut gelaufen. Wenn wir einfach mal jetzt 16... Carbon Fibro draus. Und daraus machen wir 8... Carbon Mash. Und die müssen jetzt auch kompressiert werden, oder? Carbon Mash. Wie ist das echt an, halt? Carbon Mash. Dude, dudududu, dududu, dududu. Was? Ja, Lordum. Genau. Auch ein Kompressor. Advanced Diamond. Wie macht man den? Das ist... Hühnchenstürm! Das ist jetzt egal. Ich bring jetzt hier Rudolph um. Nein, lass es. Immer noch. Wir brauchen keine Hühner. Doch, Fehlern für Magie. Lass sie leben. Da braucht man echt... Kann man ziemlich gut... Aber wenn du nicht hinguckst... Dann liegt dann plötzlich der Mond neben deinem Bett Ja, dann ist dein ganzes Haus mit weg Das ist es mir wert Geh weg Das hat mich tief getroffen Irgendwie sieht das cool aus, aber schade, dass die Laser mich nicht umbringen Schade, finde ich wirklich schade Ja, ist echt schade Sind die jetzt hier mittlerweile fertig? Zwei Goldene und zwei Diamant haben wir Ach gut, Diamant ist sogar ausgestimmt Ähm... Gleich ist noch ein Goldene, ist wieder fertig Ähm... Achso, du musst die Wand ja... Ich bin Arzt, lassen Sie mich durch Nein Ist das Kohl-Teil hier fertig? Zwei Carbon-Platten und ein Advanced-Aloy Wir brauchen doch nur zwei Carbon-Platten, oder? Hier, wieder das Inventar auf Und einen normalen Machine Block Haben wir noch... Naja... Natürlich Läuft bei mir Nein, bloß Kacke Das ist jetzt aber nicht so nett ausgedrückt von Ihnen Drücken Sie sich bitte etwas elegenter aus Nein, das ist scheiße Okay, die Kompassionen sind fertig Ich baue die ab Äh... Nein, der rechte ist noch nicht fertig Der rechte ist noch nicht fertig Natürlich ist er fertig Nein, der ist nicht fertig Trottel, da hast du deinen Advanced-Mash-Block Ja! Sorry, das ist... Oh... Oh... Sorry Hör auf den Mancobblestones, du Hör auf den Mancobblestones So, dann baue ich jetzt den MFE ab Möchtest du noch 63 Advanced-Mash-Blocks? Nein Oder noch 49? Hätt hier auch noch... Noch ein paar Stapel! Unter uns sind auch ganze... Wie viel... Tausend Stapel? Nein, müssen die Leopard-Schon-Crystals alle aufgefüllt sein? Nein, müssen sie nicht Oh, ich habe einen Kompressor reingetan Ups Ah, wir haben einen MFSU So, jetzt... Bauen... Ich mache das sonst eben Sonst fliegt alles in die Luft Baue auch erst die Kabel weg Bevor du den aufbaust Bau den MFSU einfach hier hin Dann können wir das mit den... Dingen jetzt auch noch machen Lass den... Ähm... Sei froh, dass du es falsch rum hingebaut hast Ich schwöre dir Ich hätte dich umgebracht So, ich nehme dir jetzt erstmal in Gewahrsam Bevor... Ja, alles in die Luft fliegt Dann... Machst du das okay? Weil... Ja, ich nehme dir nie mein Gewahrsam Wird's aber lustig Das wäre überhaupt nicht witzig Ich glaube, das würde dich auch nicht so freuen Wenn plötzlich alle unsere Sachen in die Luft fliegen da Also wirklich, da wäre eiskalt die Hälfte in die Luft geflogen Ich weiß nicht, manche Sachen können die High-Waltage-Sachen vielleicht auch annehmen, aber... Aber ich mag lustige Sachen Dich mag ich aber nicht Die lustig sind Ey, wo ist die Eisenschef drin, oder? Wollen wir doch... Immer noch zwei... Hatten wir nicht noch zwei Goldkabel über? Oder dass die alle... Ah, die habe ich momentan Ausnahmweise bin ich mal schon Lass das hier wieder automatisch rauspumpen und so Ja, ja Wir sollten so einen... Einfach mal so einen ganzen Stag Redstone-Engines machen Ja, ist echt so Weil die brauchen wir wirklich viel Ich habe übrigens zwischen den Folgen auch ein... Prototype Omni-Wrench-Dingens gemacht Einfach weil Weiß und ich das immer gedacht haben Und blablabla Und das wollten wir nicht in der Folge machen Weil ich musste erst wieder loslaufen Mit den Knochen suchen Und Lapislazuli So vier Jahre draus machen Wolle nehmen Zusammenbappen Zwei Diamanten und Gold dazu Und das haben wir einfach eben so gemacht Zwischendurch Das... Müsste keinen von euch stören Hoffentlich Alles eine Verschwörung, Kinder Es ist alles eine Verschwörung Man kann aber die Blöcke nicht direkt nebeneinander bappen, oder? Ähm... Würde ich sowieso nicht machen Weil wir zum Beispiel auch den High-Voltage-Teil brauchen Für die... Mh... Mh... Messfabricator später Das heißt hier kommt dann das Teil ran Das dreht sich bitte nach... Da... Bittes... Bitte So Ähm... Ach fuck Das hab ich hier voll in die falsche Stelle gebaut Ein... Eins so weit in die eine Richtung Ich mach jetzt mal 5 Redstone-Engines wieder Dann haben wir erstmal Ich weiß nicht, wenn du genug Zeug hast Mach einfach mal 10 Weiß ich nicht So viel... Naja nicht zu viel, aber Hau einfach mal einen halben Stapel oder sonst raus Wir können die bestimmt noch irgendwo gebrauchen Wenn nicht Haben wir eine Uncrafting-Table Oh Gott, dann mach ich jetzt wirklich sehr viel Hallo Runter Von Unserem Grundstück Gut Ich hab noch Besuch hier Ich hab noch Besuch hier Ja, 12 ist Paletti-Date Ich hab einen Zombie-Kopf bekommen In meiner Kettensäge Ach, wenn du schon dabei bist, ne? Kannst du noch 2 Geothermal-Generatoren machen Nein, Spaß Doch Ja, deine Mama macht Geothermal-Generatoren Mama Scheiße, gleich kommt sie rein Nein Ja Du hast ein paar Geothermal-Generatoren Okay Einmal Das daran Können jetzt kommen, lach ich Ne, kommt ihr nicht, keine Sorge Jetzt riechst die Miestischelle von mir Was, Nordop? Die nennt mich natürlich auch Nordop Weil sie ihren eigenen Nachnamen nicht richtig aussprechen kann Das weiß nur noch niemand, dass ich mit Nachnamen Nordop heiße Aber das weiß niemand, wie du mit vorne arbeitest Doch, wir sind auch viel zu viele mittlerweile Doch, wir sind auch viel zu viele mittlerweile Aber ich weiß es Kinder Also bei 2000 Likes sag ich euch nur noch den vollen Namen Ne Und das ist ein MV-Konsumer, das heißt Wenn dann Leute das mit Potsdam versuchen, dass ich 2000 Likes bekomme Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr Was? Wieso wurde das abgebaut? Achso, weil ich High Voltage genommen habe und nicht Low Voltage Ja, Medium Voltage Aber es ist nicht in die Luft geflogen Gut, 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 gut Schön So, hat das Ding jetzt mal mitgedacht Das Ding denkt mit Du 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 So, jetzt laufen die Laser auch wieder Laser Ich glaube ich weiß wie die letzte Folge hieß bei mir Nein Laser Laser Ja und mit diesem schönen Ja Dieses Laser Gesicht dazu So Ich weiß nicht wie viel Chips jetzt wir brauchen Ich lass einfach zwischen den Aufnahmen Weil wir nachher wieder Pause machen Wir nehmen zwar jetzt vor auf Aber wir werden das zwischen dir alles am Stück machen Einfach ein bisschen laufen Wir haben einen Shunk Loader Haben wir einen Shunk Loader? Ja, einen haben wir Hier oben haben wir auch einen oder? Ne, haben wir nicht Ne, haben wir nicht Eigentlich sollten wir mal einen anbringen Ja, mal ganz praktisch Weil es ist doof ist eben auf dem Server zu bleiben Das hatten wir auch bei Turtle gemacht Egal, ich bleib wieder auf dem Server stehen So, ich habe jetzt 12 Reds und Intents gemacht also Das ist nice, das ist nice Das ist der Scheiß Aber Wir sollten das noch so machen Wenn die Kiste voll ist Dass sie automatisch die Deaktiviert später Was habe ich jetzt gemacht? Also man kann ja auch die Kisten umdrehen damit Stimmt Drehen wir sie mal so Moment mal, wenn ich das jetzt kann Die eine Kiste hier unten habe ich immer aufgeregt Die ich gerade geguckt habe Die kriege ich jetzt mal mies Mein Omnigrange zu spüren Hä? Dreh das nicht Dreh dich Digger sieh Nodob sieh Hä, die dreht sich nicht Hässliger Hohne so Sieve Nodob sieh Ich versief dich gleich mal Digga Sief Er ist dumm und stinkt nach Fisch. Immer diese Beleidigung, du musst das sein. Er ist dumm und stinkt nach Fisch. Ja, dumm und halt. Ich habe Komplexe und muss deswegen andere, noch hässigere Menschen als mich beleidigen. Wie geht es nicht zu Eisenröhren brauchst, ne? Nicht schon wieder. Ja, du bist hässlich. Aber immerhin weiß ich meinen Vornamen. Ja, ich dann auch. Ja, ich dann auch. Es ist auch so schwer. Und ich weiß den Nachnamen. Dafür weißt du nicht meinen Nachnamen. Doch. Schreib mir einen Teamspeak. Nein, nach der Aufnahme. Nein, schreib mir. Der Nachname ist weiß. Dein Vorname ist auch weiß. Ich habe die ja schwer. Ich habe eine Powersword. Weg. Lass, ich stehe. Du wolltest es so, aber du verlierst ja keine Atem. Nein, ich wollte es nicht so. Du hast hier mies Krawall gemacht. Mies, Digga, ist kein Mond da. Ja. Hui. Hui. Das ist hässlich. Niemand macht nur Dopp. Wir wissen, die niemand macht nur Dopp. Was ist denn der Mond noch drei? Nein, scheiße, warum ist der Mond noch drei? Was ist passiert? Was, Digga? Ich wollte eigentlich nur die Smelter reporten. Scheiße, der Mond war doch bei meinem... Bist du behindert oder... Das ist jetzt schön ganz. Viel Spaß dabei. Und zu mir sagen, ich mach's. Und zum Schluss bist du der Erste, der irgendwas mit der Vordergang kaputt macht. Vor allem, warum? Der Mond ist doch lange weg. Viel Spaß beim reparieren. Ja, aber auch wenn er weg ist, ist es so noch. Stimmt, der Mond, stimmt. Der Mond explodiert ja nicht einfach. Scheiße. Scheiße. Oh, doch, aber viel Spaß. So kann's gehen. Fuck. Vor allem, das muss natürlich auch die Smelter wie sein. Die Sachen, die man am längsten braucht zum Herstellen, ne? Ach, fick dich einfach, Spiel. Fick dich. Lass die Smelter jetzt erstmal so. Du machst das im nächsten Livestream oder so heile. Oh Gott, Mann. Scheiße. Gott, nein. Du bist so behindert, Mann. Stopp, so. Herzlichen Glückwunsch an Odoop. Er hat alles kaputt gemacht. Alles nun auch wieder nicht. Sei aber nicht zu hart zu mir. So, jetzt spielt Tetris. Jetzt kommt der Block da rein und festsetzen. So, und jetzt den nächsten Block. Rein. Und festsetzen. Aber zum Glück haben wir noch ein bisschen pinkes Holz bestimmt über. Treppen zumindest und Baumstämmen bestimmt auch noch. Wo ist Eukalyptuswurz? Sag mir, wir haben Eukalyptuswurz. Sag mir. Ja. Da geh ich jetzt einen Baum fällen. Musst den Baum wieder leiden. Gut. Und ich dann kann. Jetzt bin ich Ärger. Abschütter. Vielen Dank.